Ich stoß Leute und willkommen zu dem Jahresrückblick Video 2018 Und ja, ich habe mir dieses Jahr mal gedacht, als kleines Zeichen der Anerkennung Nehme ich mal sämtliche, na nicht sämtliche Clips, das wäre ein bisschen sehr viel geworden Aber so die besten Clips, die ihr jetzt aus meinen Streams geklippt habt Hab ich denn jetzt mir mal gekrallt Werd die hier ein bisschen noch schön verpacken, zusammenfügen Und dann kriegt ihr das heute mal als den Jahresrückblick Weil ich glaube, das ist am ehesten, ist auch am akkuratesten Und nochmal eine kleine Dankbarkeit Also wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr hier überhaupt dieses Jahr für all eure Unterstützung Das habe ich ja schon im Weihnachtsvideo alles gesagt Also ich glaube, ich würde mich hier jetzt nochmal wiederholen Aber trotzdem, vielen, vielen Dank dafür, für eure Unterstützung Für eure Teilnahme und ja, viel Spaß bei diesem Jahresrückblick Bis dahin Sie sagten, es ist nicht möglich Nichts für ungut Ich hab's gefangen und es verdrescht mich weiter Alter, was zur Hölle Ich hab's gefangen und es fängt einfach an mich zu verdreschen What the fu- I am the tallest of mountains I am the roest of waves I am the toughest of terrors I am the darkest of days I am the last one that's standing Don't try to stunt in my way Oh mein Gott, wie bescheuert klang das denn Aber vielen Dank für die Bits Wir haben hier ein paar Level, die wir noch gucken können Fühlt euch auch beobachtet Feuer ist nicht tot Die Partikel sind nur ein bisschen Das Feuer, das Feuer da, das Bild ist nicht tot Ist Lava tot? Die Sterne sind tot Oh mein Gott Du spielst Hobby-Kassierer Ich bin kein Hobby-Kassierer Das nimmst du sofort zurück Oh ja, warte Du bist ausgebildeter Kassierer Das nimmst du erst recht zurück, du Kackpatzen Was willst du tun? Etwa abrechnen? Oh, oh, oh Woher kann ich denn übelst I can't burn hinterlassen Man schüttelt ja eine Dose Nintendo My dad works at Nintendo Also so schön, okay Ja, genau Der kommt überhaupt nicht falsch, nein Nein, wie kommst du drauf? Wenn mich Leute fragen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene Wenn mich Leute fragen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene Zeige ich dir in diesem Clip Come on Alter, das hat mich schon wieder mit irgendeiner Krankheit infiziert Ich hasse das Seit wann haben Bären solche tödlichen Krankheiten? Bären Aids Ja, ich glaube ich habe Bären Aids Ob ich reden können Vivi Es ist genau dasselbe Von der grundlegendsten aller Sparten her In eurer Diskussion Es sind personalisierte Figuren von irgendetwas Ergo kannst du ihnen jedes Attribut Eines normalen Menschen anrechnen Bloß im anderen Pferdefanz Aber sie werden als Dings dargestellt Alter, stell doch mal auf Ich seh das schon wieder What the fuck is going on here? Warum ist da ein Bär? Da fehlt jetzt auch dieses To be Continued Puh, verfolg dich Maybe your lamp will help you Sans, you are not helping You are lazy bones All you do is shit All you do is shit Ich habe Bärze Und er sagt Sitter was löse ich shit All you do is shit All you do is shit Das sind kaiserliche Angelegenheiten Was wollt ihr machen Was wollt ihr halt machen I will fucking up I will fuck you up Ihr seid nicht Er versucht wenigstens mitzukämpfen Alter, der fuckt euch ab Hat er den gesupplexed? Ich find die Armanimation immer geil Da gibt's nur Animationen Oh mein Gott Ich hab grad die Homoerotischste Animation überhaupt Nicht so ein Spaß Nicht so ein Spaßvogel Ich habe das Ende der Welt gesehen Was war denn mit Ich sehe das Licht Ich sehe das Ende Alter, er hat mich Out of bounds gebrüllt Ich wurde out of bounds Geschrien Alter, kann das bitte jemand Klippen Ohne kacke Ich find den Chaser so creepy Damage rank First place Aufsahm wurde alle benachrichtigt Wenn du es Omae wa Mou shindeiru NANI Sehr schön, Shadow Mach ihn genau auf dich aufmerksam Epic Game Over Das rechne ich dir jetzt an Wo ist er? Ich wollte Chat lesen Auf einmal steht der Chaser hinter mir Also Baumkuchen Baumkuchen Was ist das Wort nochmal für ein kohisches Wesen? Eine kleine Eule Was war hier gerade? Du Wichser Welche Generation ist da? Siebte Du Mongo Das war meine Kuh Kaufe dir eine neue Gibt es eh ungesund Weißt du wie teuer die ist? Ja Ich bin jetzt eine Kuh Darf ich nach Hause? Hallo Ich bin hier der Chef Die ist das scheiß Mongo Ich wundere mich Was ist das für ein Erdbeben? Auf einmal hat so ein Riesen meine Kuh Alter Stop fucking pushing me you dick Ey Du gehst da jetzt Du gehst da jetzt rein Du Mongo Geh da rein Achter du Arschloch Fucking Assloch Arschloch Game Geh da jetzt Alter Geh da rein Hosen an Was? Wie viel? Ich bin 14 Schaut Ich glaube Thomas ist gerade nicht da Weißt du wir haben so ein Man könnte jeden Ich hätte glaube ich sogar gerade Lieber Vivi in Führung Weil die ist da Weißen noch Saddle mit Aber anstatt Vivi kriegen wir hier Fucking Kaiba Boy Der sich denkt Boah Look at my Enormes Aufzug Destroy our bendy cutouts This is level K And heavenly toys And beware the ink demon Oh nein Nicht der ink demon Oh nein Nicht der Okay ne Ja okay Nicht der ink demon You're doing Yep That's right It's literally nothing Your turn never ends You cheeky dickwaff I did it I did it You have it That's not ever gonna be any easier Ja gerne Du und hab mach damit Auch noch mehr Schaden Ach du Scheiße Soll ich mir das Kannst du nicht ständig Also Vivi Falls da auch Mal an mich Das sein sollte Ich hab noch Ich hab jetzt Dinge ausgemacht Weil ich mich gerade mehr Auf Rezzy konzentrieren will Alles gut Ich pass auf Bin nebenbei Ja eh nur am strecken Ich hab grad nen Geist Gechoke-slammt Ich weiß nicht Woran erkenne ich denn Dass ich am sterben bin Ich hab jetzt Flex Tape über Einmal 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 auf den Stumpf Einmal den Stumpf gießen Komm aufs Brett Dein Delfin Oh mein Gott Jetzt bringen wir's Kaboom Oops Tut mir leid Oh. So. Kriegt der die Axt? Ich glaub, der kriegt die Axt. Was meint ihr? Kriegt der die Axt? Ich denke, der kriegt die Axt. Oh. Geht. Dank, Don. Juni. Versteht ihr bei Tales immer gay? Hey, hat Braten. Es geht. Fand die, fand die, äh... Oh, warte mal. Tales stirbt. Und danach hört man, yeah! Nein, es geht nicht kaputt. Guck mal. Es geht nicht kaputt. Und dann... It does like nothing. Ist dieses scheiß Burgding unzerstörbar oder so? Hä? Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß nicht, was sie getunt haben. Hä? Geh... What? Wie? Wie? Jemand, bitte... Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Quests machst du da? Ist die Kuh gerade vom Himmel gefallen? Warte, ich muss mir das mal kurz angucken. LOL! LOL! Spang! Pupsbärne. Das war Pupsbärne. Mann! Kannst du nicht einfach so eine Flashbang machen? Alter! Das finde ich jetzt aber nicht cool. Mann! Ich kann nichts sehen! Was ist, Mann? Die beide wollen doch dasselbe. Ich habe gar keine Munition mehr. Ich habe für nichts mehr Munition. Bring dich um! Steck dich ab! Das hat sogar funktioniert! Das ist auch ne... Das ist auch ne Lahnufer. Ich bin im Urlaub und kann nix hochladen. Special. Fick dich, We York! Okay, you get the full experience. Okay... Hammer time! Hey, Mama! Er scheint sie nicht zu mögen. Warum versuchst du es nicht mal? weil ich nicht die option beten habe sag denn dass du in-game beten soll muss gar nichts sagen lasst uns einfach ein wenig hierbleiben oft gesehen es ist ja auch ein scheiß spiel so und ich möchte dass sie das jetzt klebt das ist das erste mal dass das zugibt ich möchte dass ihr das das ist nach vanille riecht hol war das bei dir auch gerade hat auch gerade noch einer versucht durch die tür zu kommen das war ein streuendes und noch eins derjenige der auf die idee kam hühner explodieren zu lassen der walden absolutes genie und ich liebe ihn da steht draußen am balkon schön wenn es von der kokosnuss wenn es schleimel schlagen was uns gewesen wenn du für so viel präger schlimmste sind wo ja immer schön so richtig schön schnell recovern könnte du mich auch du mich auch oh fuck oh scheiße oh shit oh du We're going to die. Oh. Das ist jetzt nicht... Moment mal. Wann war der letzte Spielstand? Und tschüss. Wieso glitscht bei mir jetzt immer alles durch den Boden? Oh Mann. Habe ich echt den Punkt erreicht, wo mein Skyrim sich denkt, boah, I guess I die? Ich glaube ja. Vollschwert, süß. Es glitscht einfach immer alles durch den Boden. Warum? Wenn du Sachen hättest, die dir das Spiel nicht freiwillig angebt. Oh Gott. Sekunde mal, hat Ashley da gerade gepost? Habt ihr das gerade auch gesehen? Hat sie gerade so fucking Porsche 4 Moves gemacht? Was zum Kuckuck? Der dauerhaften Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit für 50 Sekunden. Darf ich mal kurz betonen, dass dieser Trank im Grunde genau wie YouTube ist. Absolutes Clickbait. Der Titel, Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Und im Titel, äh, unter Titel steht er in Unsichtbar für 50 Sekunden. Wow. Devs. Two and a half Kevins. Oh mein Gott. Two and a half Kevins. Das ist mein Lieblingsfilm ab sofort. I saw Kevin in half. Kevin, 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 Kevin. Hi there, Matty. Alter, warum ist das Level-Up immer zu so einem Zeitpunkt? Oh Gott, genau wie letzte Weihnachtsfeier. Du hast ihn erschossen. You damn right. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Los. Los. Dinkelberg. Scheiße, ich hab Dinkelberg erschossen. Weißt du, was hier draus los ist? Ich hab da ne Ahnung. Was soll ich denn wissen? Ich hab gar Dinkelberg erschossen. Weil das könnte jetzt was werden. Ja gut, nehmt bei uns so ein bisschen äh... Dog, dog, bell. Ich bin grad mal neugierig. Kann Ashley durch den Bohrer... Wisst ihr was? Oh Gott. Ich lass das jetzt einfach mal passieren. Ich mach zur Not den Raum nochmal. Da hab ich kein Problem mit. Aber ich will mal wissen, was passiert, wenn ich sie jetzt da lasse. Angel Player, ja. Ich kenn den Struggle viel zu gut. Was passiert mit Ash? Das will ich jetzt auch angucken. Es passiert hier einfach gar nichts. Okay. Wow. Ich hab grad Position gespart. Ja, Mensch. Ash, der wird ja immer praktischer. Shit. Der regelt sich... Keine Bewegung. Wie viel? Ich glaub nicht, dass du in der Situation bist, irgendwelche Forderungen zu stellen, Junge. Du bist hier in meiner Welt. Hier mach ich die Regeln. Da gibt's ein Blowjob und es fair. Oh, das... Die Zitate... Die Zitate werden schlimm. Schreibt ihr auch brav mit Kinder? Nein, kein Schott. Hier geht er weit oben. Stimmt, Hochrodger. Wenn ich mich also hier platziere... Come on! And I'm gone. And... Ihr habt das... Das war klar, dass das passiert. Das war zu erwarten. Das Spiel schließt sich einfach. Gretto spielen. Das ist einfach so ein Glastisch zu hauen. Könnt ich mir vorstellen. Da weißt du, wenn man Schwester mitspielt. Schön. Just one nice. Gut getestet. Geiles Buck. Mit geilen Buckfix. Bug frei. Ja, der ist auch fertig. Komplett. Der ist auch schon komplett equipped. Weil ich mir hier auch sehr wenig gelaufen bin. Leute, ich bin grad ganz ehrlich. Ich hab mir grad so ein bisschen eingeschissen in dem Moment. Das war das Fleisch. Alter. Okay. Hä? Hä? Ich hab doch nicht mal... Hä? Ich hab doch nicht abgedrückt. Ghostbullets. Okay. Ach, die Musik ist so fucking gut. Want's to show you something. Let me try. Buh! Do you like it? Nice head! Okay, not... Noch nicht ganz. Ich hab keine Ahnung, wie... Oh, gee. I usually come to the ruins because there is nobody around. But today I met somebody nice. Ich hab keine Ahnung, wie... So, give me some... Epepe. 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 Monsieur Zaito, Madame Fefe. Monsieur Zaito, Madame Fefe. Mefefe. Wo wir aber bloß Crews wären. Ja, irgendwie Resident Evilist. Oh, du Tentakel-Ficker. Geh mir nicht auf den Sack. Tadeus, Tennisball. Der auch. Oh, nee, nicht eigentlich. Was? Ähm... Wo bin ich? Was ist hier los? Ich bin in der unendlichen Void. Oh. Was ist... Wieso? Tja, ich glaub, du bist es einfach durch ne... Ich bin out of bau... Ja, ich bin out of bounds. Da oben ist... Da oben ist das Level irgendwo. Hab Spaß beim... Ja. Guck mal. Der steht noch. Oh, fuck! Hat er ganz gesagt Mö, 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 Mö? Excellent. Ich hab wirklich gehofft, er würde die ganze Zeit nur Mö sagen. Aber irgendwie sagt er mal Go Explode. Das macht ihn irgendwie ne Hype so cool. Mö. Ich hatte den Vegeta lieber, der nur Mö gesagt hat. Der wirklich nur... Mö, 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 Mö. I don't like the... Nice. Nice Holz. Oh! Shit. Wow. Die Vase ist aufrecht gelandet. Ja, Sui hat da leider nicht... Noch nicht die mögliche, nötige Power. Vor allem, wenn er nichts sehen kann. Ich überlasse das Katschuppi. Mö, 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 Mö. Ich übernehme das Katschuppi. Katschuppi kann das. Es sei denn, Katschuppi stirbt gleich. Dann ist das natürlich was anderes. Das ist ein sehr resistenter Vogel. Oh, Katschuppi. Oh, Katschuppi. So, neues Spiel. Wollen wir noch mal gucken. Was können wir denn hier machen? Karte auswählen. Diamantküste. Das klingt irgendwie wie was, wie Rüdiger machen würde. So Pseudotrobico. Hier, Klippenbuch. Klippenbuch, das meine ich. Und das meinte ich mit der Musik. Erst die ganze Zeit... Ich verstehe diese Musik nicht. So, wieder da. So, dieser Check, ob du eingeschlafen bist. Okay, jetzt wirkt es, als ob wir schlafen können. Leider! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die ist nämlich immer noch da oben. Get the motherfucker! That's what you get! Yes, it works! The deadly eagle! My latest creation! My licking creation. It's my latest creation! The deadly eagle! Ach, natürlich, ich kenne der Besten im Eingang. Bist du unartig? Ich glaube, ich habe der Tracer Angst gemacht. Widow gerade... Moment mal, kann mir gerade einer mal bestätigen, ob Widow gedabbt hat? Tatsache, Angry Burrito im Gegner-Team ist Butter-Butter! Und Yumi-Gurke! Und Nard! Genau neben Clayman! Und dein Paparator ist auch dabei! Und die Yumi-Gurke auch! Yumi-Gurke! Tschuldigung, ich musste ihn schüttern. Und BOOM! Nö, 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 nö! Get fucked! Nö! Klippler! Wie lange er ist! Klippler! Nice! Der ist super klasse! Dafür hast du einen Player auf den Gaming Ring? Ja! Weil ich seinen fucking Hirn auf dem Boden verteilt hab! Ernsthaft? Ja, nice hole! Jetzt gibts den Arsch dran! Wiggi wiggi! Vor mir steht er noch! Wir haben alle drauf gewartet, dass ich irgendwas mache! Oh, das ist so gut! Look it like it all! Oh! 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 Da konnte ich leider nicht mehr genug kratzen! Ja! Ich habe Licht erschaffen! Jetzt habe ich Antimaterie erschaffen! Passiert per Zufall! Sekunde! Ich habe Bär erschaffen! Verdammt! Das passiert andauernd! Erst ich erschaffe ein Licht! Dann ich erschaffe ein Bär! Ja! Ey! Ey! Du wrestlest mit meinem Finger! Irgendwann brech ich ihn dir! Kannst du deins nochmal drüber springen, Kedar? Wir müssen der Registrier dafür sorgen, dass man die Hände unterscheiden kann. Hast du das gesehen? Ich stand hinter dir. Ich hab drauf gehalten. Mein G-Punkt ist ready. Ich kann immer schön dabei schützen, Kinder. Ja, also was jetzt? Also entweder... YES! Oh, jawoll! Das ist doch endlich mal was, das sich angucken lohnt. Das könnt ihr Clippen, Kinder. Mein Ernsthaft Clippes. Ein Bamboozy! Ich hab genug von eurer blöden Terminator-Party hier. Fuuuck! Wie war das, du kommst da raus? Nicht während ich mal in meiner Ulti-Animation bin, you dickflop! Ich hab genug von eurer blöden. Ich hab noch mal in meinem Beizung. Ich habe noch nie in meinem Beizung. Ich habe noch nie in meinem Beizung, ich habe noch nie gereきた. Ja, das ist doch für WDR! Das ist doch Monat und habe wieder mit deinen Beizung. Wir wollen ein Beizung. Untertitelung des ZDF, 2020